wir machen die montana fährt wie sie spawnt oder soll ich ja würde ich sagen dann geht das los gleich kommt bitte ich brauche ein neustadt die team an sich geht nicht weg war schon eine kreuzfeier und die sterben ich fahre links akku alles klar sind wir zusammen anscheinend weiter fokus fragezeichen seid euch wirklich sicher dass ich mit ganz nach links nach rechts gehen soll ja also wenn wir die hindurchs killen wollen dann im kreuzfeuer sonst wenn die sich dabei in der insel e 10 für engen vier hindenburgs alter schwede das können wir dann entscheiden genau hatten die letztes bei ding auch bei trap muss irgendjemand mich kreuzen aus der wankung fahr du vor direkt ich warte ich habe ich nicht kurzen weg akku fährst du innen oder außen ich fahr rechts also außen also von mir aus rechts halt ja ja aus außen ist auch das passt theoretisch rein deutsche teams sind nur um wir und md vor oder das heißt wir sind das beste deutsche team würde ich mal sagen soviel zur motivation so und jetzt lasst uns zweitbeste machen nach schiff selber auf eric er auf mich Ähm. Oh, Smoke. Ja, genau. Hast du so einen Smoke-Aquo? Nein, mach nicht. Okay. Du musst hier den Fighter-Kranten ein bisschen weiter weghalten. Ja. Dass sie den größeren Bogen sonst fahren, ja. Kommt die bestimmt halb eine Minute später an, dass er kommt weg. Die Gearing geht direkt an den B-Cup, gell? Oder den Smoke-Aquo? Wirkt so, ja. Noch ist er nicht im B. Kann, also Radar... Radaren könnte ich es auf jeden Fall. Ja. Naja, noch ist er nicht im B-Fan, da passt erst mal. Da ist die Moskau, okay. Komm mal. Schnell jetzt, gucken wir mal, ob du bei A den Luftraum kriegen kannst. Ja, 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 ja. Das ist die Frage, soll ich cappen oder soll ich schon weiter raten? B wird gecappt, Achtung. Sag dann, wenn ihr das Radar haben wollt. Ich kann drauf wirken, ja mach Radar. Mach mal. Dann mach. Ja. Euch C-Captain versuchen wir nicht. Ähm, na du siehst, wir haben das Verhältnis mit Montana. Na. Kein Radar in der Nähe, oder? Hä? Kein Radar in der Nähe. André, lass dich nicht so voll Broadside-Catchen. Mhm. Ich hab' glücklich, dass es langs noch wird. Ja, kannst es, sonst versuch es. Ja, versuch es. Ja, solange die noch nicht pushen, mach es. Aber, äh... Wollt ihr denn bitte mit Fightern unterstützen, dass er da safe ist? Ähm... Ich bin jetzt. Mein Focus ist jetzt noch grad bei A, also... Kannst abziehen. Nein. Ist jetzt safe an der Insel da. Safe. Gut. Können wir gleich ein bisschen Richtung B fahren. Vielleicht kannst du die Moskau da mit Torps erwischen? Rebo. Na, hab versucht. Ja. Das ist mit Montana. Aber es passt wirklich auf, wenn du da aufgehst, was natürlich dann ziemlich krass. Es ist möglich, dass sie B-Pushen werden, da ist ein Fighter ohne Grund. Ja, sollen sie machen, dann kriegen sie von mir auch nicht weiter an die Seite. Also B-Pushen werden sie... Da gehen zwei Fighters hin ohne Grund. Boah, ja, komm ey. Wahrscheinlich. Der Cap ist zu weit vorne irgendwo. Ingo zu weit, ja. Da sind ja zwei Hinboxen. Kalte, kalte, kalte. Ich glaub nicht, dass die hier Druck machen wollen. Bei C. Ja, nach Richtung A aus, ja. Ja, ja. Aber können wir grad nicht eh viel machen. Wir kriegen A und C, wie es aussieht von da. Pass auf. C, du wirst gleich aufgehen. Erik, hast du noch mal ein Radar? Ja. Ah, 30 Sekunden. Das reicht nicht. B ist noch weg. Egal, wir haben C. Jetzt kannst du noch speeden. Wir haben A und C. Also ich bleib dann erstmal näher bei A. Zieh mich. Ich geh in Richtung B. Oder soll ich hier torpen? Versuchen. Mach einfach Flak, Barbe. Wie weißt du? Ja. Ja, du kannst immer torpen, aber sonst bei B können wir nicht viel machen eigentlich. Okay. Die obere Mund, die von links oben, schießt halt nach rechts unten. Also müsst ihr auch passen. Glaubt auch die Görgeln antreten? Pass auf, du wirst gleich in A gespottet. Nee. Ja, geht klar. Mein Radar ist wieder ready. Ich glaub, ob ich gleich auf die Mosfa komme. Ich muss weiter nach hinten fahren. Ja. Aus dem Smoke. In der Karin. Ja, ja. Wird aufpassen, wenn die hier pushen, lass die dann gleichzeitig nach außen fällen. Erik, ja oder nein? Nein, nein. Okay, okay, okay. Safe. Zu viel auf einmal. Irgendwer gesagt? Ingo. Ja, der Bomber. Ah, okay. Wenn du hättest einen Fight, hätte er abstunken. Was war mit mir, ich hab's nicht verstanden. Reparieren und dann bisschen nach Norden wieder hoch. Ja. Auch wenn das gehalten uns da nicht. Probieren. Ja, ich fahr kurz durch die Schleife Und guck, dass du dann hinten wo irgendwie ein Visier fliegen kannst Ja, Fault von der GMAG Jetzt könntest du vielleicht, wenn du schon hinter mir bist, einmal das Smoke an mir vorbeiziehen Ja, die Montana will jetzt mich auch Zieh mal Smoke dann bitte Fang an, jetzt pushen Ja Ja, ich komme drüber, dass ich damit ausschießen kann Wo pushen wir gerade? Sie pushen Wir deffen Wir deffen Okay Wir haben zwei Caps Ja, alles danke Ja Ja, dann versuch mal die Gearing in der Mitte irgendwie Nicht, dass die sich irgendwo durchmogeln Ja, gut Ja, gut Hauptsache Das sind meine Bedenken bei dir, ja Ja, ich Ich hab das Gefühl, die will nach A rüber Oder? Die Gearing, wenn du mal da kurz einen Fighter rüber schenken Oder ihnen passieren Ich sende die Torpede Äh, Tops bei C gesichtet Okay Wurden Alter, ich kann wieder kotzen Wo waren die? I ist Richtung C Da ist die Moskau Gehen wir auf die Montana oder auf die Hinwurf? Also bei A Torpede stoffen bei der Moskau A Akku Sollte ja passen Erik Die kommen jetzt, glaube ich langsam Wir auch Also kannst dich bereit machen nach drüben Mh, die drücken wir jetzt weg Dein meiner Fighter wird von Wird von Von ihm auch, ja Wir wollen jetzt Wir wollen jetzt noch zurückziehen, meinst du? Alex Was ist? Was meintest du, wenn ich zurückziehe? Mach dich bereit, dass du drauf schießen kannst Sollten die dort weiter durchfahren Achso, ja, ja, ja Was ist da noch? Ich sag's ja nur Ich sag's ja nur Ich muss den Cap verlassen Jan, wir brauchen deine Hilfe hier, gell? Ja, ja, ich schieße schon mit drauf Ich muss gerade mal gucken, wie ich mich Aber soll ich versuchen Die Moskau haben sie Okay, die haben die Moskau fällig Können wir die Spot auf den Moskau Äh, B-Contesten Können wir B-Contesten? Die haben die Moskau fällig Komm jetzt Ich guck, dass ich den In die Seite vielleicht Wurden wir drüben Vorne und euch helfen Jan Ja Achso, B-Contesten C Monty Monty Du darfst dich nicht in die Insel zählen Was machst du, Ingo? Ich dreh doch grad wieder, dass ich wieder schießen kann Äh, ich zünd Radar für C Dauert, aber ich bin zu lang Ja Ich muss hier nicht an dein Positioning üben Also ich bin auf C geaimt Der ist da hinten in der DD Du bist auf C geaimt Ich krieg dir nicht Radar bei A Du kannst ja vielleicht mal gucken, ob du vielleicht mit dem Diff Bomber oder mit dem Diff Bomber irgendwie dort rankommst Woran dran rankommst? An den DD Da wird ein Dicke Ist vielleicht irgendwann mal ganz kurz Das würde ich schon reichen Aber das sind Sumo Fighters Das kann ich nicht machen Monty hat Flutting L Ich brauche Hilfe gleich bei B Monty hat Noch nicht Blut Ähm Inwiefern du möchtest B kappen Ja Ja gut Hier, die Monty Ist immer noch am Flutten Ja Ja Das Ding vorwärts Ich gucke mich an Deswegen kann ich da nichts machen Ingo mach die Hintenburg da weg Ja Oh, was zieht da denn eine Moskva? Die Hintenburg ist wichtiger Ja Ja Sollen wir irgendwie was zu euch überschicken? Oder? Ja, Jan muss halt was machen Ja Ich Kapiert mich Besser Können wir hier auf der rechten Seite uns auf irgendwas fokussieren? Montana Ich kann nicht auf die Hintenburg 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 Ja, dann auf die Monty Okay Ingo, fahr nicht vor den noch weiter weg All stations reporting the position of a strategic target Doppelbrand drauf Mhm Und Weit ich weiß, kann er auch nicht reparieren, weil er meinen ersten Brand schon repariert hat Concentrate fire on the designated target Ja, den fokussend Leute Alles klar wird, fertig, B ist fertig Gut Danke So Eric, ich komme wieder zu dir Ja Komm, die Hintenburg wollen wir vorne raus Können wir irgendwie die auf die Monty Spot kriegen? Ja Die da, weil die hat noch tausend, zehntausend vielleicht Montana Kein Fall sich verklappen As soon as possible Ich, ich probier's Probier's einfach Ja Leute Eric Sofort auf die Monty Jup, jup Nee, da stehen bleiben Ach nee, da ist eine Lücke Ja Oh shit Ich bin auch raus, aber ich hab keine Dauer nicht machen können Oh, Eric kommt mit mir auch hin Ich glaube Hey, ich bremse, ich fahre mal vorher zurück Geht die Montana in A raus? Oder? Schieß drauf! Nicht fähig Nein, die geht nicht raus Nein, die geht nicht raus Also ich kann nicht mehr auf sie wirken, die ist jetzt in der Berg Ich kann auf die Mosfee jetzt wirken Auf die Montana, focus Ja, ich komm rum Wenn ich da noch raus schießen kann Du siehst die Torfetostoffe noch? Ja, ja Ja Muss raus da Oh, der hat doch mal gut gefressen hier Wieso drehst du schon wieder weg von der? Du drehst ja die ganze Zeit die Breitseite zu Du drehst ja die ganze Zeit die Breitseite zu Du drehst ja die ganze Zeit die Breitseite zu Wieso? Wir müssen doch jetzt gar nicht pushen Ich kann die doch abfackeln, die Montana Da muss er doch nicht näher ran pushen Guck mal, die Scheiße muss ja nicht mal ran Ja, aber er dreht die ganze Zeit die Breitseite zu Ja, das muss nicht sein Ich komm an die Montana nicht mehr ran Oder 10.000 Ich leg die mal hier in den Smoke Jan Ich leg die mal hier in den Smoke Okay, ja Ist ja aus der Reichweite Nochmal ein Pen of Diegel geschossen Ja, leg hier Ich kann auf die Mauskarte gerade schießen Das war gerade eben sehr leise Was wollte irgendwer von hier? Greif den Schlachtchef an mit den Flugzeugen Welches Schlachtchef? Die Linke Die Montana hier Da ist eine Hintenburg Aber Ja Kriegen wir... Sollen wir irgendwas bei C machen? Irgendwie contesten oder cappen? Weil uns laufen langsam die Punkte wieder weg Ihr müsst mit der... Also ich muss irgendwie... Ja Ich muss rum auf die Montana Aber das Schlachtchef müsste mal ein bisschen näher ran fahren Damit es mal mehr Damage macht Ja, ich muss rum auf die Montana gehen Dass ich die Montana ausschießen kann Gut, ich freu mich langsam auf den Weg nach C Wenn du die Fighter bindest, sterben die in der Nähe Also links Ich könnte mal präventiv Radar zünden bei C Damit wir wissen, ob er DD und wo der Nähe ist Soll ich mal machen? Eine Chance nach C Ein super Äh... Die Hintenburg an der... Top gefressen Nein Ja... Haben keinen Spot auf die Hintenburg Kriegen wir irgendein toter Gefechtskommandant sagen Kann man das Kot? Ja Ja C, E ist euch darüber C, E ist euch darüber Vorsicht auf, Eric Ja, ja Top, 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 Top Das heißt die Gearing muss hier irgendwo sein Ja E ist bei C The enemy is about to win Erliert schickt den weiter vor Die Hintenburg muss aufgehen, genau Die Hintenburg Ja Halt die Hintenburg offen noch Acht Kilometer reichen die Flugzeuge in der Nähe Kippt Da ist die Monty wieder Hadi beholt sich den Cash Geh näher ran So dass du drauf schießen kannst Dingens André Ich drehe jetzt rein, ja Nee Er ist auf 70 Kilometer Jetzt fokussiert da die Hintenburg mal draus Die Mond ist weg Ich geh hier Komme irgendwann raus da Wieder zu Ich hab's gesehen Wir sehen die Burg dahinten Die wird mich auf langer Sicht hin weg schießen Ich kann auch nicht zugehen Da hat von Weitem getroppt Ja 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 Du kannst nicht zugehen gegen Hintenburg Und die Hintenburg wird nicht zugehen Verstanden Ich versuch's nochmal Das Flugzeug ist glaube ich weg Wir haben jetzt den zweiten Cap Zwei Drop Treffer Ok ich denke hier auf die Montana Ja ich geh auf die Montana Ja ich geh auf die Montana Ja ich geh auf die Montana Ich ping die immer an Ich guck dass ich die Montana krieg Montana bitte gespottet halten Montana Typ Ja Ich geh in Smoke und schließ's mit drauf Ich geh in Smoke und schließ's mit drauf Ja Also ich bin hier gleich raus Das ist Ne Ich glaub hier ist ein DD Der hält mich noch offen Äh okay Wir los Die Hintenburg zieht dich zurück Ok Achtung schaubst wieder durch C Knallt die Montana raus bei A Bleibe in der Nähe von C mit deiner D-Rank Kann das gar nicht mehr draufhärten Kommst du auf den mit draufhärten? Die müsste raus sein Äh Lützen soll Boah jetzt kann der schon wieder reparieren Ich bin aber auch tot wenn ich mich nochmal trefft Ja Wir sind jetzt wieder mit auf die Ja Wenn du kannst Komm einfeier Und nicht wegfahren Jan Ja ich muss auf Ich muss der Berg war am Weg Ich muss rüberschießen Kann okay sein dass hier kein Feuer fasst Komm Und guck mal dass du dann in den Cap reinfährst Tobi Ja ja Protiziere dich schonmal Ich hab ein Feuer Meine Frisse Ja ist tot Ja wir müssen pushen in den Cap Oh scheiße Haribo wieder rein in den Cap Ja die Fighters Monty versuchen Monty Haribo wenn du kannst Dann smoke einfach für dich Ich hab keinen smoke Kannst du schon nach BA rein pushen Tobi Den blockieren Den blockieren Ja 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 ich bin hinter dir Ich kann auf den hinweg draufschießen Aber wir müssen den blockieren Die Tigger uns mit dem Block weg Scheiße Pass auf Flieger kommen auf dich Haribo André Wir müssen den raushauen Ich muss den Cap dortieren Ja ich bin drauf Der Scheiße Der frisst doch kein Brand Das ist so Gets Endlich Ja Fadigo ist tot Naja es ist eh vorbei Es ist Nice Dodge Müsste es auch wieder zu sein Oder Naja Flieger 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 Uiuiui Schade Hammer Hammer Ey ist noch nicht vorbei Das erste Gefecht Das kennen wir doch Ingo du hast so unnötige Salven gefressen Das ist unglaublich Vor allem die erste Ja War eigentlich zwischendrin Die war scheiße Ja Du hast die Hälfte deiner Lebenspunkte Mit einer Salve verloren Wo du einfach gesagt hast Ja ich drehe einfach mal ab Ja Du hast das Du Es Erster Ich bin Du Ich bin Ich bin Ich bin ganz Vielen Dank.